Mit letzter Kraft könnt ihr euch an Bord ziehen. Das Boot unter euch zersplittert und treibt euch das Holz ins Fleisch. Rotzen Kugeln schlagen neben euch ein, spritzt giftiges Wasser auf und Eiterfäden greifen nach euch. Gemeinsam hängt ihr nur noch kurz an der Takellage. Hände hieven euch über die Reling und ihr seid sicher. Zumindest für kurze Zeit. Nebel wallt weiter auf, doch selbst mit Segeln fehlt euch immer noch der Wind. So bleibt euch nur das Rudern. Hinter euch hört ihr die Schiffe der Xerania. Blutpiraten mit Dämonen an Bord oder unter eurem Deck. Es ist alles möglich. So schnappt ihr nach Luft und stemmt euch wieder nach oben nach diesem Schrecken, der euch unvermittelt eingeholt hat. Was wollt ihr tun? Solamin hat sich gerade über die Reling gezogen und versucht sich in all dem Chaos zu orientieren. Sie hat ihren Säbel gezogen und sieht, wie die panische Mannschaft hier herumläuft. Aber sie interessiert im Moment eigentlich nur einer und zwar Leatmon, der kurz vor ihr nach oben geklettert ist. Bringt euch in Sicherheit, Herr Arbener. Wohin denn? Kommt! Ich folge euch! Währenddessen könnt ihr Sarnin oben an Machterleck hören. Gefechtsrollen einnehmen! Wir haben Riebenschaden! Ruder sind zersplittert! Solamin greift den jungen Heiligen bei der Hand und deckt sie beide so gegen mögliche Angriffe oder Splitter aus der Luft mit dem Säbel und rennt mit ihm in Richtung Heck, da wo eine Treppe nach unten führt. Während die ersten drei Rotz und Schüsse noch nicht getroffen haben, könnt ihr jetzt weitere Knalle hören. Und zu dem Holzsplittern, der vierte Schuss hat tatsächlich getroffen, könnt ihr jetzt wohl in der Luft durch den Nebel auch etwas herannahen hören. Ein Schwirrenflügel, die sich euch offenbaren und dann könnt ihr silberne Krähen erkennen oder Elstern, die um euch herum auf die Mannschaft sich stürzen und vor allem auch auf die Geweihten. Während Sarnin gemeinsam mit Leon von Freisock, dem Hochgeweihten, in Richtung Unterdeck läuft. Abel, mir, was magst du tun? Ich habe mich ebenfalls unter Deck begeben, um nach den Rohjern zu gucken und nach den Schäden an der Ruderanlage. Ich stehe gerade mitten auf dem unteren Rohjern-Deck in der Mitte des Schiffs als eine kopfgroße Kugel, die Außenwand des Schiffs durchschlägt und ein großes, etwa Mannsgroßes Loch in der Außenwand hinterlässt. Tschüss, fangen wir mal an zu mir. Du kannst sehen, wie wohl jemand mit einer großen Schürze und einem großen Hammer und Nägel an dich herantritt, die er sich wohl in den Mund geschoben hat. Wir müssen das Brett daran bringen. Ich helfe euch. Ich würde mir anfassen und dann das Brett und aus dem Augenwinkel sehe ich auch vom feindlichen Schiff eine große, gleißende Feuerkugel direkt dieses Loch ansteuern. Anscheinend ein gesteuerter Ignis Fero. Kurz bevor er in dieses Loch einschlägt, reiße ich meinen rechten Arm hoch und lasse die Kraft in meine Armschiene einfließen. Daraufhin macht dieser Feuerball eine akute Bewegung in die Gegenrichtung und fliegt zum Schiff zurück und schlägt in den Zauberer, der dies verursacht hat, ein. Es gibt eine gewaltige Explosion. Du siehst, wie der Nebel verdrängt wird, blutiges Kreischen, was von der Zitracke rüberkommt. Und du kannst wohl auch sehen, wie wohl einige Segel jetzt mittlerweile anfangen zu brennen bei denen. Denn vier Segel haben sie aktuell gehisst, auch wenn es bei dem Nebel und dem wenigen Wind nicht so viel bringt. Aber trotzdem gibt es jetzt an Bord deren Panik. Boltax. Boltax ist auf dem Deck geblieben, auf dem er eben gerade noch heraufgeheft worden ist. Es ist noch etwas außer Atem. Er lasst sich einmal zur Beruhigung an seinen goldenen Schlangenring, atmet einmal schwer ein und flüstert dann Ebeldunst und Muschelschrei, Freund, zu Hilfe, komm herbei. Mein Wunsch soll sein, dass du nun Geist in finsteren Schrecken hier zerreißt. Und dabei deutet Boltax auf die Eltern, die sich gerade aus dem Himmel auf Zulamin und auf Leertmann herabzustürzen bedenken. Und ich rufe den beiden zu. Junge, nimm deine Beine in die Hand. Um die da kümmere ich mich. Und mein Freund. Wir werden den ganz schön einheizen. Du siehst, wie das riesige Wesen mit den vielen Armen aus dem Ring entsteigt. Weiteres Wasser wohl noch aus der blutigen See nach oben rinnt. Gegen alle Gesetze, die entgegen der Schwertkraft nach oben auf ihn zu. Und er mächtiger und mächtiger wird. Und dann mit seinen Armen nach den Elstern greift, ihre silberigen Augen zerdrückt. Und ihn versucht die Flügel, die hebsphärischen Flügel auszuweißen. Schnell, lauft! Ja, Zulamin, hilf mir! Erweilt Isarun. Isarun muss sich erstmal ein bisschen orientieren. Sie sieht dann aber relativ schnell, dass die Zedrakke von den xeranischen Piraten auf die Seeahler anlegt und Rotzen und auch Brandgeschosse bereit macht. Sie macht sich daher auf den Weg zum Achterdeck und ruft noch hinter sich her. Ja, Alain, komm! Du musst Zedlöwschen helfen! Ja, er nickt, refft sich seine restliche Kleidung nach oben, damit er dann die Hände frei hat und folgt dir. Und während du noch auf das Achterdeck zuläufst, kannst du sehen, wie mehrere gezielte Rotzenfeuer vor allem in den Kreuzmast einschlagen, der fast bricht. Es gibt ein widerliches Knacken. Weitere Kettengeschosse, die die Segel zerfetzen. Und der Rest wird dann weiter mit Brandgeschossen angezündet. Und währenddessen kannst du wohl auch sehen, wie ein großer Teil der Besatzung von Vermachterdeck eben auch weggerissen wird. Raus ins Wasser. Du siehst, wie Halfter und Lübmo, der dritte Steuermann in zwei Hälften zerrissen, verschwindet. Markierer, die Hilfssteuerfrau verliert wohl ihren Arm und Helene in der Fackelhand, die da wohl gerade wortwörtlich in Flammen steht und ihre Hand, die aktuell brennt. Du siehst also, wie tatsächlich die Offiziere jetzt wohl explizit angegriffen werden. Und nur mit einem einfachen Wink von Rateralsani wird wohl Jalan direkt an der Steuer gelotst, während er weitere Rufe in Richtung seiner Mannschaft brüht. Ja, dann übernommen das Steuer. Isarun, hilf den anderen. Ich versuche, die Schüsse aufzuhalten. Isarun tritt an das hinterste Stückchen Achterdeck, das da noch irgendwie steht und beginnt einen Zauber zu sprechen. Eine Nihilo Gravo, um anfliegende Geschosse einfach wegschweben zu lassen. Fusakel, Schadensbericht! 18 Fünder, Steuerbatterie! Scharfschützen ins Krähennest! Währenddessen, ja, Sarnin brüllt, wie ein Offizier es ebenso so tut, wie ein herausragender Kapitän. Eintrag ins Logbuch! Feindkontakt mit Xeran auf fünf Glasen! Du würfelst und du wirkst die Matrix und kannst sehen, wie wohl die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wird und ein weiteres Rotzengeschiss, was wohl wieder einmal auf das Achterdeck angelegt hat, was dann allerdings ein bisschen die Orientierung verliert, anfängt zu trudeln und dann nach oben schwebt. Sehr gut, dieser Hohn! Weiter! Der war Baraphim. Ja, Baraphim hätte erst nochmal Leoma hinterher geschaut, aber der scheint in Sicherheit zu sein. Kreist sich sein Schwert vom Rücken. Los, ihr Hunde! Wo sind sie? Der Mitleidlose will Blut! Und würde sich dann auf den erstbesten Dämonen, Dämonen, Tentakel oder was auch immer sich an Decktraut stürzen. Du kannst sehen, wie wohl Fusakel gerade aus dem großen Magazin herausgerannt kommt. Er hat wohl einen kleinen Streitkolben in der Hand, der auf seine Größe angepasst ist und du kannst erkennen, wie er da wohl gerade in einem, es ist kein Ringkampf, aber in einem Geraufe ist mit einem großen, ist es ein Wiesel, du bist dir nicht ganz sicher, es ist auf alle Fälle ein Dämon mit goldenen Augen, goldenen Hörnern, vier Stück an der Zahl, es ist ein riesiger Otter, ungefähr genauso groß wie der Zwerg. Riederliche Viecher! Ja, Raphim würde einfach auf ihn zutreten und eins nach dem anderen versuchen zu köpfen. Ja, wie gesagt, nur ein Kopf, aber vier Hörner und du kannst dann erstmal den Gur, den vorm wanderischen Dämon, dieses Otterwesen, dann erstmal von ihm runterziehen und dann in einen Nahkampf mit dem Viehbehörden treten. Derweil bei Zulaminen. Wenn wir die Treppe erreichen, drücke ich Leatmon, meinen Opferdolch, in die Hand und drücke ihn einmal kurz an mich. Es ist alles in Ordnung, Herr Hörner. Geht unter Deck. Berecht dreimal seinen Namen. Er wird euch einlassen. Herr Rainer, lasst euch nicht im Stich. Es wird alles gut. Ich weiß, ich weiß. Keine Furcht. Passt auf euch auf. Er gibt ja einen flüchtigen Kuss auf die Wange und verschwindet dann. Dann lauft. Und Zulamin läuft selber jetzt hoch zum Offiziersdeck, weil sie gesehen hat, dass es da nicht zum Besten steht und möchte da helfen. Du rennst gerade die Treppen nach oben. Kannst wohl sehen, wie Baron Wilbur Körnplatz versucht, Hedena Fackel anzulöschen. Du siehst, wie ein blutiger... Ja, der Steuer existiert wohl noch. Ja, dann steht gerade dran. Pargold, der dritte Bordmagier, wird wohl gerade unter einem riesigen Balken vorgezerrt von Dresowik Sturmtaurer, der da wohl auch irgendwie eingekleppt zu sein scheint. Und während du versuchst zu helfen, du weißt gar nicht, was du als erstes tun musst, du siehst wohl noch Isarun. Da verschwimmt deine Sicht und du siehst, wie ein riesiges, brennendes Segel auf dich herniedergleitet. Abelmir. Ich stehe derweil unter Deck. Die Ruderer, Elite-Ruderer, das Mittelheiß, haben sich mittlerweile an die kräftigen Riemen gezogen, sodass das Schiff von den feindlichen Schiffen wegrudert. Nach einer Weile stelle ich natürlich schon fest, dass ihre Kraft nachlässt nach diesem anstrengenden Kämpfen. Ruderer, ihr faulen Huren, Ruderer! Wiebrun! Ah! Erlaubt ihr, dass ich eure Mannschaft verzauberen? Ach, was du willst, helf uns! Setz dich als Ruderer! Ruderer, zu mir! Enger Kreis, dicht wie möglich! Alle! Tod, was er sagt! Je nachdem sich die Ruderer wie ein ganz dichtes Pulg und mich herumgerenkt haben, würde ich einen reversalisierten Fulmictus wirken, um ihnen ihre Ausdauer wiederzugeben. Ich würde meine letzte Kraft verschenken, ich würde vorher noch einen Astraltrank trinken und diesen Fulmictus revitalisiert in der Variante Welle des Schmerzes wirken. Was tut der Fulmictus Welle des Schmerzes? Normalerweise bewirkt er eine TPA, also Ausdauerschaden. Revitalisiert gibt ihr Ausdauer zurück. Alles klar, das heißt, die Ruderer sind wieder stärker und können besser rudern. Genau, eine grün-goldene Welle geht von mir aus und erfüllt die mit neuer Ausdauer und Ruderkraft. Zurück an die Ruder! Rölt Wiburn noch und du kannst sehen, wie wohl der andere Schiffszimmermann, der dir eben geholfen hat, es gibt einen weiteren Einschlag, er dreht sich einmal zu Wiburn um. Wiburn, das war unser Hey Ruder! Wir brauchen jemanden, der das Ruder repariert! Derweil, Boltax. Du kannst es einmal knacken hören, du siehst, wie da das Achterdeck wohl hoffnungslos zerstört ist, du siehst, wie wohl Sudamin gerade unter einem brennenden Segel verschwindet, du hast den Blick zu Jalan verloren, ob was in Iserun passiert ist, keine Ahnung, und du willst wohl versuchen, gerade noch das Achterdeck zu retten mit deinen Kräften, mit deinem Djinn-Freund, dein elementarer Diener hat wohl gerade den Kampf gegen diese Elstern aufgenommen, da bricht und knackt unter dir das Deck, du landest zwei, drei Meter unter dir auf dem Rosenboden und siehst, wie wohl jemand gerade die Hand reicht. Ja, danke, du Zwerg, du kannst dich gut mit dem Holz ausgehen, ich brauche dich, komm mit. Alles gut, ja, ja, klar, natürlich. Ja, er drückt dir zwei, drei Holzbretter entgegen und legt einen Hammer oben drauf, komm mit, wir müssen zur Kombüse. Ja, ich bin nicht so schnell zu Fuß. Ja, er tritt die Tür auf, du kannst, wie das vertaute Bild der Kajüte erkennen, der Kombüse, irgendwelche brennenden Kessel, die Alchemisten, die da wohl irgendwas tun, irgendwelche Brandgeschosse gerade befüllen, der Mann, der erste Schiffszimmermann, klettert durch ein Fenster und winkt dich damit nach draußen. Wir müssen noch das Ruder, es ist gerade so schwebtert. Ja, hier ist auch ein Loch, das ist ja, puh, hier fang an, Rabenschaden. Matrose, komm herbei und bring mir noch etwas Scharfkantiges, ich muss das hier fixieren. Oh, ja, genau, genau, dieses Messer gibt es mir, schnell. Ja, das können wir hier zwischenklemmen, das wird jetzt nicht für ewig halten, aber, ja, und da, da, da ist noch ein Loch, genau, Matrose, komm doch nochmal her. Ja, Wulfo Sake, was, bis zum Heitag? Lupen, Lupen und Thea, das brauchen wir, sonst bricht Wasser ein. Wollt ihr das Wasser einbricht? Der haben wir hier, wird gerade gekocht. Gut, gut, sehr schön. Und nun, los, holt alles, schnell. Ja, wir sehen, wie mit vielen Angriffen, die, die Gefechtsrollen sind eingenommen, die Leute reichen dann Kessel, über viele Hände, in die eine Richtung, Holz, was die angereicht wird, und nehmt ihr, sie mir ja ein Greifenvorter, der wohl neben dir auf der Planke sitzt und dann versucht, provisorisch im Nebel, während weitere Rotzen, einschlagen, versuchen jetzt irgendwie, das ganze Schiff wieder manövrierfähig zu machen. Du spürst so ein bisschen, wie die Gravitation fehlt. Du kannst es nicht ganz einordnen, aber du fühlst dich sehr luftig leer, locker, leicht. Isarun. Isarun hat gesehen, dass sehr, sehr viele, die hier in Achterdeck standen, Schaden genommen haben, durch die Rotzenschüsse und auch die splitternden Holzteile, die Teile vom Mast, die heruntergeregnet sind. Sie wird jetzt helfen, alle Verletzten unter den Trümmern hervorzuziehen und ihre Wunden zu versorgen. Sie ist komplett im Soldatenmodus. Sie ist wieder wie in der Ausbildung damals an der Schwert und Stab, wie auch in der dritten Dämonenschlacht. Es zählt nur noch das Überleben. Sie macht mechanisch ihre Handgriffe und bemüht sich so schnell wie möglich, alle Wunden so zu versorgen, dass das Überleben gewährleistet ist. Ja, Devil Raphim ist immer noch dabei, diesen Otter nach und nach zu zerschlagen. Und du siehst dann wohl noch, wie weitere von diesen Elstern, diejenigen, die der elementare Geist wohl nicht aufhalten konnte, sich dann auch vor allem auf dich stürzen, da du geweihter bist und damit eben präferiertes Ziel. Und dann eben auch eine derjenigen, bis die oberhalb den Kampf gegen die Dämonen aufgenommen haben. So kannst du eine nach den anderen zerreißen, zerrupfen. Du siehst dann wohl, wie auch aus dem Untertext, vor allem aus dem Magazin, dann nicht nur dieser Otter hervorquillt, sondern jetzt auch wohl mehrere Rasten, die sich mit ihren kleinen, fiesen Zähnchen an deinen Stiefeln zerbeißen und dann eben auch nach und nach versuchen, durch deine Rüstung zu beißen. Eine nach dem anderen. Ja, Raphim würde gegen die Dämonen immer weiter nach vorne treten. Los, kämpf die Hunde! Wie sieht denn der Rest vom Schiff aus? Du guckst dich kurz um, vor dir, über dir mittlerweile, das Vordeck und vor allem dann auch der Mast dazu. Ist wohl gehisst und ja, es flackert ein bisschen der Wind drin, aber vor allem das Achterdeck ist halt hoffnungslos vernichtet. Der Kreuzmast ist nicht gebrochen, aber gesplittert an mehreren Stellen und das Segel ist brennend runtergefallen. Du kannst wohl auch erkennen, wie sich das Schiff unter dir so ein bisschen glucksend bewegt und wenn du dann an der Reling runterguckst, kannst du wohl auch sehen, wie zahlreich Wasser einströmt und dann eben auch Wasser ins Unterdeck läuft. Bist du nicht ganz sicher, ob es noch die Ruderbänke erhöscht hat, aber vor allem den Laderaum und dann eben auch das Runterdeck. Oh, scheiße. Ja, Raffi würde versuchen, sich irgendwie nach unten durchzukämpfen. Ja, du gehst die Treppen runter, Treppen runter und Abel mir hat versucht, gerade eben den Rudern einen guten Zuspruch zu leisten und während du dich gerade an eins der Ruder ransetzen willst, um selbst zu helfen oder um einen weiteren Zauber anzusetzen, du bist ja nicht ganz sicher, was du tun sollst, guckst dich so ein bisschen um. Das Loch wurde wohl von Simila Greifenfurter gerade gestopft und während du es betrachtest, kannst du sehen, wie in Zeitlupe daneben ein weiteres Loch durch eine Rotzenkugel aufgerissen wird. Und alles in Zeitlupe. Plötzlich hörst du nichts mehr, nur noch dumpfes Geräusch und während du dann einen stechenden Schmerz spürst, blickst du an dir herunter. Du siehst wohl, wie ein riesiger Splitter aus Holz in deinem Bauch steckt und deine Hände zittern, bluten, alles um dich herum wird warm und kalt gleichzeitig. Du hörst zwar Vibu noch rufen, aber du verstehst ihn nicht und er wird immer leiser und leiser und du brichst auf die Knie. Und bist weg. Ja, weil Zulamin. Verschwunden unter einem riesigen, brennenden Segel, konntest dich gerade hervorkämpfen und blickst dich um. Du weißt nicht genau, was passiert ist, du weißt nicht genau, ob das Schiff noch irgendwie einen Zweck erfüllen kann. Du blickst auf die Segel, Kreuzmast ist natürlich jetzt kaputt, aber wohl der mittlere Mast vom Hauptdeck funktioniert, wohl hoffentlich noch. Auch die Corvus-Plattform, du siehst, wie wohl weitere Scharfschützen im Krähennest sind und dann auf der anderen Seite wieder rüberschießen auf die Zitracken, auf die Taluken, die da euch im Nebel verfolgen. Aber die Matrosen sind gerade in heller Panik, vor allem diejenigen, die oben auf den Masten stehen. Du siehst, wie sie teilweise anfangen zu brennen. Einige sind wohl auch runtergestürzt auf die Planken. Du siehst so auf den ersten Blick mindestens fünf Leute, die runtergestürzt sind und die anderen, die unten sind, sind in heller Aufregung und in heller Panik und haben wohl gerade den Kopf verloren. Ja, Zulamin hat sich irgendwie noch so halb unter den Segel weggeduckt, aber sie sieht wüst aus, also angesenkt und blutig und sie kämpft sich jetzt an den Überresten von dem Segel vorbei zu der beschädigten Brüstung der Kapitänsbrücke, von wo aus sie das ganze Schiff gut überblicken kann. Oh, Magier tot! Kannst du es von unten hören? Oh, das ist nicht gut. Und sieht dann da unten noch in so einer Ecke kauern einen von diesen neuen Rekruten, einer von denen mit den Sammelkarten und der ist einfach völlig überfordert mit der Situation. Der hat eine große Platzwunde auf seiner Stirn, siehst wohl, wie ihm das Blut ins Auge läuft, zwinkert die ganze Zeit, versucht es irgendwie wegzuwischen, aber es läuft immer mehr Blut nach. Er guckt dich an. Hast du ein Taschentuch? Hör auf zu winseln! Bete! Das ist alles, was uns jetzt noch retten kann. Und Sulamin zieht jetzt auch den zweiten Säbel noch und stellt sich da an die Brüstung und hebt beide Säbel zum Himmel. Ihre Augen sind ins Innere des Kopfes verdreht. Sie wirkt irgendwie völlig irre und fängt an zu beten. Ihr Götter steht uns bei! Rahandra, Sturmkönigin! Fülle unsere Segel mit Wind und unsere Herzen mit Mut! Effort, leidenschaftlicher! Halte deine schützende Hand über dieses Schiff und seine Besatzung und zerschmettere die Schiffe der Dämonenanbeter an den Klippen. Rahdja! Liebe meines Lebens, wende den Gläubigen an Bord dieses Schiffes zuversicht und gewähre ihnen gnädig ein Zeichen deiner Gunst. Lass sie sehen, was ich weiß, was ich weiß, seit jeher und mit jeder Faser meines Körpers, dass du uns liebst und uns niemals im Stich lassen wirst. So locket, ihr Gläubigen, denn dieses Schiff wird nicht sinken. Nicht, solange wir alle unser Bestes geben und fest auf die Götter vertrauen. Es sei! Und aus dem Schaum der blutigen See erheben sich Pferde. Pferde aus weißer Gischt, gnaugend, prustend, donnernd. Eine ganze Herde. Sie entstehen aus der Bugwelle der Seeadler, werfen sich mit den Schultern gegen das Schiff, als wollten sie es anschieben, verlappieren übermütig einige Sätze neben ihm her und fallen wieder in sich zusammen. Doch wo eine Welle sich bricht, erhebt sich bereits ein neuer Kopf. mit geblähten, nüstern und flatternder Mähne aus dem Wasser. Raya sendet ihre Grüße und offensichtlich hat sie sich für dieses Werk mit Rondra und Effert zusammengetan. sehr gut, sehr gut, Boltag, siehst du das? Wir werden, wir bekommen göttlichen Ursprung, Beisprung, Pferde. Der graue Mann, der hilft uns. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein guter, das ist ein guter. Also, und jetzt, auf, auf. Mut allein reicht nicht zum Sieg. Wir müssen auch was dafür tun. Also, schnell die Löcher stopfen. Hier, noch etwas lumpen, noch etwas teeren und weiter geht's. Simi dann greifend vor der derweil klemmt sich mit seinen Beinen an einer der verschiedenen Planken ein und hängt sich dann über Kopf runter, damit er dann weiter mit dem Terra das neue, improvisierte Ruder dann einstreichen kann. Kommt dann wieder nach oben. Alles klar, wir sind wieder manövrierfähig. Gebt es weiter an den Steuermann. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht sollte ich nicht laufen. Ich bin etwas langsam. Er hat direkt nach oben gerufen, also dann irgendwie an der Kapitänskajüte nach vorbei in das zerstörte Achterdeck, wo man dann wohl gerade noch den Kopf von Iserona kennen kann und ja, derweil, ja, wir müssen jetzt noch darauf warten, dass der Theater trocknet. Du bist hier fertig. Geh, da ist ein Feuer, das habe ich gesehen und gerochen. Das muss ich, dem muss ich noch beikommen. Fangen zu laschen. Ja, selbstverständlich. Los, kommt mit. Schnell, ihr drei, ihr seid doch Alchemisten. Ihr kennt euch doch mit Feuer aus. Ja, natürlich. Ja, wasch mit Sand. Ja, derweil werden große, schwere Fässer mit Sand dann rübergewuchtet. Das ist viel leider Feuer, das kann man nicht so löschen. Oder ist das wegen Biller, keine Ahnung. Es wurde dafür erschaffen, dass man es nicht mit Wasser löschen kann. Ja, wer seid denn ihr? Ihr seid doch Alchemisten. Könnt ihr mir das nicht sagen? Sand. Lasch mit Sand. Sand. Sand, Sand. Ja, ich würde anfangen, Sand aufs Feuer zu schippen. Ja, kannst du dann tun und die Alchemisten helfen natürlich dabei. Währenddessen Abelmeer, du bist ja nicht ganz sicher, wie viel Zeit vergangen ist. Alles um dich herum piept noch. Du kannst über dir noch den jungen Lea, hat man Freis auch erkennen, wie er über dir kniet und seine Hände aufgelegt hat und wohl spricht, aber du verstehst ihn nicht. Ja, ich schaue ihn ein bisschen verträumt an und habe wahrscheinlich nicht ihn vor Augen, sondern wahrscheinlich jemand anders, vermutlich. Wen hast du denn vor Augen? Dein Leben zieht an dir vorbei. Vermutlich meine Verlobte, die Osten. Du denkst zurück an den Staudamm, damals, als ihr dort euch oben am Oronischen Reich kennengelernt habt, wie ihr euch näher gekommen seid auf der Staumauer mit den Rosenkriegern. Ich strecke wahrscheinlich meine blutbefleckten Hände aus und streiche mit diesen blutbefleckten Fingern über sein Gesicht. Ja, er scheint zu lächeln und du merkst jetzt auch diese wohlige Wärme, die aus seinem Bauch ausgeht, während er dann einen gewaltigen, riesigen Splitter rausgeht. Du kannst nur so knirschen an deiner Wirbelsäule und merken, es tut gar nicht weh, aber dieses Gefühl ist einfach unglaublich unangenehm. Geliebte. Derweil bei Isarun. Über dir, unter dir kannst du noch hören, den Ruf. Du siehst dann wohl noch wie fünf, sechs Rotzenkugeln über dir in der Luft schweben und weiter nach oben abgleiten und jemand, ja, wohl der Zimmermann, lehnt sich wohl gerade irgendwie über die verschiedenen Holzteile rüber. Das Ruder funktioniert wieder. Gib das weiter an den Steuermann. Mach ich, mach ich. Jalan, hast du gehört? Er nickt nur, schaut dich finster an und du siehst wohl auch, wie er wohl getroffen wurde. Sein einer Arm hängt nur noch runter. Er ist schwer getroffen und blutet aus vielen verschiedenen Wunden, aber er hält mit der verbleibenden goldenen Hand das Steuer. Ich gehe nach unten. Ich habe von dort Hilfeschreie gehört. Dämon am Unterdeck! Ja, so kannst du deinen Stab fester packen. Siehst wohl noch, wie Pargol mittlerweile wohl befreit worden ist unter dem Schiffstrümmer von Resovic Sturmtauer, der wohl zu einer eigenen Liturgie angesetzt hat und die Winde anruft. Derweil Rafim ist wohl im Unterdeck und das Wasser geht dir wohl bis zu den Knien und gerade bei deiner Größe ist das eine schon ziemlich viel. Das Unterdeck ist vollgelaufen, macht euch schwer. Das Schiff kommt nur noch langsam vorwärts.